Das Ende naht und ich werde euch den Weg weisen, denn ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater. Das Ende naht und ich werde euch den Weg weisen, denn ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater. Ja? Du sag mal, wie holt man denn da die Pelle? FBI, wehren sie sich nicht! Also freundlich gesinn sieht er nicht aus, Romano. Gehst du hin, drückst du E. Guck dir die dicken Hunden an, die da runterengen, Alter. Ah, ich wusste die Kühe. Ich verstehe nicht, was ihr... Oh! Nein! Verpiss dich! Ich glaube, der Stier will, Romano, oder? Oh Gott, die Musik. Töte einen Stier, der sich paart. Wir sollen den Zippel da rausholen, nicht die... Ach du Scheiße! Der nimmt mich auf die Hörner, Romano. Hilf mir! Der sieht richtig mad aus. Alter. Verpiss dich! Scheiße, Romano, der hat mich... Warte, 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 warte. Wie besteigen die sich gegenseitig? Ah, du hast die anderen Kühe geholt, wa? Ja. Der Bulle will! Oder auch nicht. Leg los! Wenn der hier reinkommt, ist Ende, ne? Jetzt stimmst du wie der Torero da in Spanien. Los, hol den Lümmel raus. Ich will was sehen. Pass auf! Wow! Gut, mich haben sie runtergeholt, Romano. Das fand der wohl nicht so lustig. Nein! Oh, 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 oh. Dreckswie. Okay, töte einen Bullen mit dem Bullen-Traktor. Mit dem größten Vergnügen. Du solltest Gas geben, Romano. Der kommt schon wieder angelaufen. Auslösung! Tausend Fetzen. Töte einen Bullen mit Feuer. Mit dem sehr größten Vergnügen. Warte. Yay. Haben wir alles, wa? Lauf zum Auto. Lauf zum Auto. Okay. Die haben die ganzen Schafe getötet. Kannst du es nicht verübeln? Nein! Wo ist mein Auto überhaupt? Ich weiß es nicht. Hinter mir. Lass den Hund in Ruhe. Scheißstier. Guter Hund. Guter Hund ist gut. Ich wollte es schon sagen. Der fällt jetzt über mich her. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre es jetzt echt. Wer schreit in die Hilfe? Ist doch irgendwas. Ja, weil ich ja am Rumschießen bin. Das ist der Köter. Guck mal. Lass nur jetzt. So leicht kriegt man mich nicht. Dank dir sind wir wieder im Geschäft. Wir müssen Johns Bunker knacken und diese Leute rausholen. Er hat meine Schwester. Eli hat so eine Schwester. Was hast du gemacht? Die rausfinden soll, was Jacob mit diesen Menschen angestellt hat. Ich weiß nicht, ob... Tja, ist jemand... Nein, warte. Ich habe eine Quest von der. Steh mal auf. Steh auf. Red ganz normal weiter. Alles gut. Nein! Ah, 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 ah. Mist. Nicht auf meiner Schicht. Das ist meine Schicht. Die wollte nicht schießen. Die wollte nicht schießen. Alles gut. Ja, die hat meine Flinte gehabt. Ach so, okay. Alles klar. Wollte sie hochheben und habe die Waffe gewechselt. Unruhig, warte. Ich weiß nicht, ob sie schon was hat, aber wir sollten mal bei ihr nachfragen. Hm. Oh ja, Sarah Perkins. Die dule. Wo kriegen wir hier einen Helikopter her? Da unten steht ein Auto. Da unten brennt es. Ja, also das ist dieses Prepperversteck, das so gebrannt hat. Ach so, okay. Lalalala. Kackstift ist raus. Was macht der hier? Das ist das Schweigen der Lämmer. Siehst du das nicht? Der ist hier mit dem Benzinkasten rumgelaufen. Mach doch keinen Scheiß. Töte die ganzen Leute nicht. Töte die ganzen Leute nicht. Meine Fresse. Ja, der vor auf der falschen Straßenseite. Tut mir leid. Woher wir? Wir sind ja der Hauptcountry. Hier fahren sie alle links, Junge. Meinst du eher jetzt fahren sie alle, wie sie wollen? Ist nicht gestorben. Oh nein, nein. Oh. Habt ihr mal Glück gehabt, Jungs, wa? Einer blanke Sünde. Verarschen? Warum brennt das Auto? Ich hab doch... Moment. Ich kann nicht mehr fahren. Jolf, warte mal. Der Motor ist abgesoffen. War das jetzt wegen dem Wasser? Jo. So tief war das Wasser doch gar nicht, oder? Das Auto hat gebrannt für mich deswegen. Gebrannt? Ja. Ich kann es auf jeden Fall nicht mehr fahren. Warum auch immer. Aus irgendeinem Grund ist vor meinem ganzen Magazin noch der Flinze leer. Okay. Exploit. Bugusing. Schon mal so ein Feld brennen sehen? Nicht mehr unser Problem. Weiter. So. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier schönes? Oh. Bäh. Nein. Ein paar Trinks später. Wow, was ist jetzt los? War auch nicht schlecht, so ein kleines Minigame, ne? Hat der gesoffen. Küss mir den Sack, ey. Wo sind wir hier? Party hart. Auf dem Acker aufgewacht. Ich hab immer noch... Jetzt geht's wieder. Rausch ausgeschlafen. Wo sind wir überhaupt? Auf dem Baseballfeld. Ach, was herrlich. Die haben alle Partymützen auf. Die haben die Sau rausgelassen. Da komm. Lass doch mal gucken, ob wir irgendwo ein Helikopter herkriegen. Sollen wir rüber reden nach Faith? Wir haben noch ein paar Quests übrig, oder? Oder willst du erst mal oben dieses Yes kaputt machen? Ja, das wollen wir kaputt machen. So. Aus irgendeinem Grund kann ich das Beny nicht mehr... Ehm? Nee, gar nichts mehr. Nee. Mir geht hier nichts. Ich hab kein HOD mehr. Ich hab kein, äh... Dann spreng dich mal in die Luft und stirb mal. Was hältst du davon? Warte mal, ich leg mich mal mit dem Bär da vorne an. Das sieht nach Action aus. Oder weißt du was? Der Russe, der Russe, der mit dem Bär ringt. Da ist ein Stier. Was hältst du von dem? Hier ist eine tote Kuh. Burn in, burn out. Warte, warte, warte. Ach Gott, nein, warte mal. Dreck wieder aufsammeln. Wow, 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 wow. Nee, ich kann immer noch nicht mein Menü betreten. Das ist gut, das Ding. Hätte ich nicht gedacht. Noch ein Stück Fleisch hin. Das ist geil. Direkt nochmal. Nein. Hab ich dich. Oh, geil. Jetzt kann ich Schwarzmarkt freischalten. Jetzt haben wir zwei neue Punkte. Den Totenkopf, wa? Schwarzmarkt. So, wo gibt's denn Helikopter? Ich werde mal eben kurz reloggen. Ja, dann geh ich schon mal auf den Weg irgendwo hin. Wo gibt's denn hier am besten? Was? Helikopterplatz. Seeds Ranch. Ah, warte mal hier, genau da. So, wo ist denn das jetzt? Warte, hab ich so mal markiert? Gar nicht, wa? Doch, ist markiert. Doch, da seh ich's. Dann, John, einfach mal noch rein. Ja, du musst mich in den Weiten, bitte. Oh, na, klasse. Dann gucken wir mal. Dr. Disco, Innovative Game. Och, los geht's. Ist. Ist. So, da bin ich wieder. Yes. Und ich kann wieder in mein Menü. Sehr geil. Nehmen wir das Flugzeug am besten, wa? Oder Helikopter, was meinst du? Ist das eigentlich egal. Du sag mal, am Flugplatz, da können wir doch auch einen Helikopter nehmen, oder? Geht das auch über die Garage? Weißt du das? Nee, ich glaube, da können wir nur ein Flugzeug spawnen. Aber ich spawn jetzt mal meine Spitfire. Das hört sich gut an. Oh, hier steht ein Auto. Okay, ohne Reifen. Oh. Der zieht wieder seine Runden? Ja. Lassen wir seine Runden ziehen. Klötenparty. Hat der sich abgesoffen? Boah, das ist die selbe Idee wie ich. Ernsthaft? Naja, ich wollte da jetzt auch gerade auch drauf schießen. Gut, die Kleinen gehen nicht. Aber das da vorne, da sehe ich was. Geht nicht. Dann spawnen mal was Schönes. Das ist ein Wasserkanister, oder? Oder ist das hier? Ja, die knallen auch nicht. Noch sehe ich nichts. Hey. Unten drunter, sagst du, muss ich einsteigen, wa? Willst du ins Geschütze, oder willst du fliegen? Lass mich mal am besten fliegen. Okay. So, wie ging das nochmal mit Leertaste, wa? Oh, der gibt aber gut Gas hier. Mhm. Der hat sogar einen Bombenschaft. Wie geil ist das denn? Der hat alles. Das ist der Rudeljäger. Schauen wir mal das dicke jetzt hin. Hinter uns. Da ist es. Wir müssen, glaube ich, auch Raketen haben, wenn ich die jetzt nicht erlobe. Aber. Wir können erst mal flüchten. Ja, Raketen habe ich auch. Ui. Wie weit fliegen die, weißt du das? Ja, nicht wahr. Okay, ich sehe schon. Aber spart ihr die auf, die sind teuer. Ich habe es schon gesehen, letztens. So eine Bomben nachladen, das kostet 1000 Dollar. Hat, glaube ich, wollte ich gerade sagen. 1000 Dollar kostet das Ding, wa? Warte, warte, warte. Was war das denn jetzt? Irren Häuptling. Was hast du gemacht? Was ist passiert? Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß gar nicht. Sind wir zusammengestoßen oder sowas? Nee. Du musst irgendwas gemacht haben, was richtig geknallt hat. Scheiße. Mama mia hat das gescheppert. Bei uns im Elke müsste aber auch noch so ein Flugplatz sein. Müssen wir schauen. Müsste ist gut. Das Flugzeug hat auf einmal nach oben gezogen. Wie ein Wahnsinniger. Wo ist denn hier ein Flugplatz? Ich habe hier nichts gesehen. Ein Anglerplatz sehe ich hier. Ein Kornfeld. Aber sonst gar nichts. Ein Bunker sehe ich hier oben. Scheiße. Du Hurenbock. Fährt der mich überm Haufen? Hast du das gesehen? Ja. Danke für die Hilfe. Normalerweise müssten wir ihn umbringen dafür. So. Kommen wir da auch so hoch? Was meinst du? Oh, hier vorne. Da ist auch ein Heliplatz. Wo? Markiere. Hier vorne nehmen wir uns ein Auto, fahren zum Heliplatz und nehmen wir von da ein Heli zum Jetzt. Alles klar. Dann kann ich mir hier eben auch schnell mal eine Panzerfaust wiederholen. Dann würde ich dieses sechs Dinge nicht auch schnell wegkriegen. Ziel 4 reicht da nicht? Ja. So, Munition. Kommst du? Ja. Ich tue was sehen, ich tue was sehen, ich tue was sehen. Sollen wir den von der Straße drängen? Was meinst du? Meinst du? Der ist nämlich freundlich gesinnt, deswegen. Sehr schön. Spawn uns mal was? Oh ja, warte. Dann düsen wir direkt. Jawoll. Ach, und der Gute auch noch. Yes. Ist die Hälfte schon kaputt? Ah, die rendert einfach nicht. Okay. Was schießt du da? Durch den Heli. Alter, was ist das denn? Die Knarre von Duke Nukem? Die ist ja geil. Geht noch besser. Schau mal nach hinten. Hi. Du bist sicher, dass das Ding kaputt geht? Ja, natürlich. Ich habe mich ja auch schon abgerissen. War direkt das erste, was ich abgerissen habe, als ich ein Flugzeug hatte. Sie können. Lol, was? Sie haben vorbeigeschossen und suchen für Noob, ey. Nein heißt nein. Hast du dich von Johns gigantischem Schild runtergerissen? Wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich das ganze Ding in die Luft jagen. Das wird echt niemand vermissen. Sieht ein bisschen näher ran. Wie viel Schuss hast du noch? Einen noch. Das ist ein verflucht riesiges Schild. Mach weiter. Nein heißt nein. Ja, geile Sache, ne? Munition kaufen? Ne, das machst du später. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Nerven für. Du musst das Ding einfach abstürzen und holen uns einen anderen Heli. Günstigste Variante. Da bezahlt man nichts, echt? Zahlt sie gar nichts. Wollte schon sagen. Ich habe bis gerade schon 7000 präsen Heli ausgegeben für einen Abend. Eine blanke Sünde. So meine Freunde, leider in der Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Far Cry 5. Es bleibt spannend. Bis die Tag. Bis zum nächsten Mal.